Wir haben gesehen, glaube aber, dass die Toren insgesamt einen sehr harmonischen, auch sehr gleichmäßigen Eindruck haben, verfügt aber auch durchweg sehr gute Fundamente, langweilig und riechen sich gut, vor allen Dingen auch sehr schön von hinten dran, aber insgesamt glaube ich, alle Erwartungen, die man auch schon auf der Führung hat, alle erfüllt, allerdings nur gewünscht, dass man nachher mehr Studien durch die Ecke bekommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.